Hallo und herzlich Willkommen zum Rudesing Kalender 2021. Heute am 18. Februar wollen wir mit euch die Freiheit genießen und entfliehen zu Wasser und durch die Luft. Und das machen wir mit Rod Stewart und Sailing. I am sailing, I am sailing, home again, cross the sea. I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, I am flying, like a bird, cross the sky. I am flying, I am flying, passing high clouds, to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away. I am flying, I am flying, forever crying, to be with you, who can say. We are sailing, we are sailing, home again, cross the sea. We are sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Oh, my Lord, to be near you, to be free. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen 18. Februar, freuen uns auf ein Wiedersingen. Und wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Online-Rudesing startet, schaut nach auf www.rodesing.de. Alles Gute und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020